Biotopia stelle ich mir so vor, dass Life Science Wissenschaftler, Biologen, Agronomen, Lebensmittelexperten, Erbgut, nachhaltige Rohstoffe und so weiter zusammenkommen können in einem Forum und sich verstärkt interdisziplinär austauschen können, als es bisher eigentlich der Fall ist. Ein Unternehmer muss Dinge kombinieren, die in der Kombination Mehrwert bringen und wenn man so zwei, drei Wirkprinzipien zusammen hat, dann hat man schon was, aber je mehr zusammenkommt, desto origineller die Lösung, desto größer der Wettbewerbsfortschritt. Also ich kann mich dafür begeistern, dass dieses Museum nicht nur ein Museum ist, was ja auch experimentell in den Fußstapfen des Deutschen Museums und mit Anschauungen und Versuchen gehen soll, sondern daneben eine Community, ein Denken, eine Plattform geschaffen wird.